Im vergangenen Jahr wurden wir oft in schwierige Situationen geworfen. Es ging drunter und drüber und manchmal richtig durcheinander. Manchmal waren wir gezwungen, jeder für sich zu leben. Sozusagen jeder in seiner eigenen Wahl. Dinge, auf die wir uns gefreut hatten, mussten verschoben werden. Und manchmal schien das Leben richtig kompliziert oder richtig gehend, verwirrend. Ich hoffe, in diesem Jahr werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Und wir können gemeinsam wieder Gelegenheiten ergreifen und miteinander neue Höhepunkte erschaffen und erleben. Denn Kunst und Kultur sind nach wie vor meine absoluten Überflieger. Und ich freue mich, ein Teil davon zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen ein wunderschönes neues Jahr 2022. Und ich freue mich, ein Teil davon. 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 Vielen Dank.